Modernste Weltraumforschung und eine der bedeutendsten Sammlungen von Wissen in Europa. Das sind Themen der aktuellen Ausgabe von HWK-TV. Beide Standorte befinden sich in der Eifel und sind doch weltweit bekannt. Das Kloster Maria Laach und das Radioteleskop Effelsberg. Doch horchen die einen ins Weltall hinein, sind die anderen das Gedächtnis eines großen Wissensschatzes vergangener Epochen. Das Kloster Maria Laach. Hier befindet sich eine beeindruckende Büchersammlung in der Klosterbibliothek. 150 Jahre lang war das seit der Eröffnung so. Nun sind erstmals alle Regale leer. Ist das außergewöhnliche Bauwerk komplett geräumt? Ab sofort stehen Restaurierungsarbeiten an und wird dieser Teil des Klosters innen und außen überarbeitet. Eine besondere Herausforderung für Architekt Hans-Josef Scheer an einem außergewöhnlichen Ort. Wir befinden uns hier in der sogenannten historischen Jesuitenbibliothek. Eine Jesuitenbibliothek, weil es ein Gebäude ist, was in den 1860ern von den Jesuiten, die seinerzeit hier waren, bevor die Benediktiner das wieder besiedelt haben, gebaut haben. Es ist eine Galeriebibliothek. Man sieht das auch nachher schön einfach hergeleitet aus diesen Holzgalerien, die an den Wänden befestigt wurden. Das ist recht selten und ist auch ein besonderer Ort hier. Grundsätzlich haben hier ungefähr 60.000 Bücher Platz. Diese 60.000 Bücher und viele, die provisorisch in Metallregalen zwischengelagert waren, sind jetzt entfernt worden, um Platz zu schaffen für die Restaurierung. Der Hauptrestaurierungszweck oder die Hauptmaßnahme, die hier durchgeführt wird, ist die Sanierung des Holzwerkes. Also wirklich eine restauratorische Sache. In einem Zuge wurde aber zwangsweise, das ist vollkommen klar, das Dach wird mit neu gemacht. Das ist eine Maßnahme, die derzeit läuft. Das Gebäude an sich und auch diese Holzgalerien und auch der Boden, der ist noch original, auf dem wir stehen, ist aus den 1860ern. Also es wurde in den 1860ern errichtet, 1864, meine 1864 war Fertigstellung. Die Treppe ist aus derselben, aus derselben Epoche, ist auch aus den 1860ern und verbürgt als ein Element oder ein Produkt seiner Hütte. Also eine gusseiserne Treppe und ist auch was Besonderes. Bis Sommer 2014 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Anschließend können die Bücher wieder ihren angestammten Platz einnehmen. Viele der Werke werden bis dahin überarbeitet. Die ältesten Bücher der Sammlung stammen aus dem 7. Jahrhundert und sind an einen sicheren Ort innerhalb des Klusterkomplexes umgezogen, wo sie auch einige Zeit der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Werke mit persönlichen Anmerkungen von Thomas von Aquin sind dabei, wie auch handgeschriebene Bücher, die bereits vor Jahrhunderten in reiner Handarbeit entstanden sind. Die wertvollen Bücher, die alten Bücher, alles von vor 1800, sind überarbeitet worden. Die wurden in Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum in Koblenz gereinigt und restauratorisch behandelt. Die anderen werden gereinigt, da sie im Laufe der Jahrzehnte und auch durch die Zwischenlagerung, die wir jetzt haben, natürlich etwas verschmutzen. Aber es wird jetzt nicht jedes Buch, hier passen 60.000 Bücher rein, das würde jeden Kostenrahmen sprengen, da jede Seite angefasst. Es wurde aber im Vorhinein auch alles von Fachleuten untersucht, was nötig wäre, Schimmeluntersuchungen etc. pp. Und der Bestand ist grundsätzlich eigentlich in gutem Zustand. Damit das auch so bleibt, werden nun alle Voraussetzungen in der historischen Bibliothek geschaffen, in die nach der Restaurierung der Großteil des Bestandes wieder einziehen wird. Vor Wind und Wetter geschützt und dort, wo dieser Schatz seit 150 Jahren zu Hause ist. Dem steigen aktuell die Dachdecker des Kreimersburger Unternehmens Weinand und Pauken aufs Dach. Sie leisten eine wichtige Voraussetzung vor den Restaurierungsarbeiten im Innenteil. Denn zunächst wird die Abdichtung nach oben handwerklich perfekt erneuert. Dafür muss die alte Dachdeckung komplett entfernt werden. Dabei legen die Dachdecker auch Bereiche frei, an denen eindeutig der Zahn der Zeit genagt hat. Natürlich werden auch diese Bereiche erneuert. Und so gehen die alten Baumaterialien per Gran auf ihre letzte luftige Reise vom Dach und machen Platz für die neue Dacheindeckung. Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit ist aber nicht nur die Materialauswahl, die natürlich wieder auf Schiefer fällt. Garant für ein Dach, das bei Wind und Wetter über Jahrzehnte hält, ist die handwerkliche Arbeit der Mannschaft von Weinand und Pauken. Gut 500 Quadratmeter Dachfläche werden wieder in Schuss gebracht. 30 Kilometer weiter und auch unter freiem Himmel, Wind und Wetter ausgesetzt, befindet sich ein ebenfalls außergewöhnliches Bauwerk. Das Effelsberg-Radioteleskop steht in einer Senke und sieht aus der Ferne aus wie ein gelandetes UFO. Die weiße 100-Meter-Schüssel ist das zweitgrößte Radioteleskop der Welt und horcht seit 40 Jahren in die unendlichen Weiten des Weltalls hinein. Betrieben vom Max-Planck-Institut werden hier mit hochempfindlicher Technik Radiowellen aufgefangen und ausgewertet. Eine der Forscherinnen, die diese Technik nutzt, ist Dr. Nadja Benbigdi von der Universität Bonn. Was sie genau macht, erklärt die Wissenschaftlerin so. Ich bin Radioastronomin und arbeite hauptsächlich mit der Untersuchung und der Analyse von Galaxien. Das heißt, wie entwickeln sich Galaxien? Das sind ja auch keine fertigen Gebilde, die da sind und sich nicht weiterentwickeln. Das heißt also, ich suche nicht hauptberuflich nach Außerirdischen. Es gibt nur sehr, sehr wenig Astrophysiker, die wirklich ganz speziell nur mit diesem Thema Außerirdische arbeiten. Aber so ein bisschen tun wir das alle, weil wir uns ja mit Objekten im Universum befassen, Galaxien, Gasnebeln, die eben die Heimstätten von solchen Planeten sind, wo auch möglicherweise außerirdisches Leben existieren kann. Deswegen am Rande forsche ich nach Außerirdischen. Also wirklich ganz am Rande. Ein hochspannendes Thema, das die Bonner Wissenschaftlerin am 9. November auf der Nacht der Technik dem Publikum vorstellen wird. Das Groß-Event bei der Handwerkskammer Koblenz wirft seine Schatten voraus und ein umfangreiches, breit gefächertes Programm aus Unterhaltung, Information und Wissensvermittlung wird tausende Besucher aus der Region und darüber hinaus in die Bildungszentren der HWK in die Koblenzer August-Horststraße 6 bis 8 locken. Dann erklärt auch Nadja Benbeckdi, was genau passiert, wenn sie die Signale aus dem Weltall auswertet. Ich untersuche die 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserschlosses. Und Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Und diese 21-Zentimeter-Linie strahlt eben genau im Radiobereich und kann mit so einem Teleskop wie dem 100-Meter-Teleskop hier in Effelsberg untersucht werden. Das heißt, wenn ich das Spektrum von zum Beispiel einer Galaxie untersuche, liefert mir das ein Fingerabdruck und dieses Objekt, dieses kosmischen Objekts. Und ich kann dann anhand dieses Fingerabdrucks untersuchen, wie ist die Temperatur, die Zusammensetzung, die Dichte von diesem Gas, was ich da untersuche. Voraussetzung für ihre Arbeit ist das Einsammeln von Signalen und damit Technik, wie sie am Standort des Radioteleskops Effelsberg installiert ist. Im Operatorraum stehen die Bedieneinheiten des Teleskops, das allein für sich betrachtet ein Meisterwerk der Technik ist. Doch auch das, was hinten dran erhängt, ist Hightech, denn im Schatten der Schüssel sind die Rechner installiert, die verraten, ob da draußen jemand ist. Das Radioteleskop in Effelsberg hier ist echt eine technische Meisterleistung. Ich meine, es ist ein 100-Meter-Teleskop, also ein 100-Meter-Schüsseldurchmesser in einer Höhe von ungefähr 80 Metern. Dieses Teleskop wiegt 3200 Tonnen und ist trotzdem frei beweglich. Also es kann man um 360 Grad sogar noch ein bisschen mehr bewegen und es kann gekippt werden um 180 Grad. Also es ist ein wirkliches Meisterwerk der Technik. Und wenn man bedenkt, das ist 1972 das erste Mal in den Start gegangen und macht heute noch bahnbrechende Astronomie und bahnbrechende Wissenschaft, ist ein sehr vielversprechendes Teleskop und wir hoffen, dass wir noch ganz viel bisher Unbekanntes damit detektieren werden. Wie das Neue ankommt und welchen Weg die Signale aus dem All am Effelsberg nehmen, verrät ein Blick hinter die Kulissen. Denn in der Reflektorschüssel gesammelt, nehmen die so eingefangenen Radiowellen ihren Weg nach unten unter das Fundament des Teleskops, wo sich der Königszapfenraum befindet. Hier werden die Kabel eingeführt, über die man Signale an das Rechenzentrum leitet. Da das Teleskop frei beweglich aufgestellt ist, müssen alle Übergänge eine bestimmte Flexibilität und Beweglichkeit mitbringen. Denn wenn oben der riesige Ausbau seine Runden dreht, sollen unten die Kabel nicht abreißen. Über lange Schächte sind diese Verbindungen in das Zentrum des Forschungsstandortes eingeführt. Die Rechensysteme stehen selbst in elektronisch abgeschirmten, faradeischen Räumen, damit ihre Strahlung nicht die Signale aus dem All verfälschen. Riesige Rechenzentren sorgen dafür, dass die Wissenschaftler eine Fülle von Informationen auswerten können. Was für Nadja Benbeck, die nicht nur Arbeitsgrundlage ist, sondern auf der Nacht der Technik auch ihr Vortragsthema. Es geht ja lange nach der Technik um die Suche nach Außerirdischen. Und man sucht Außerirdische tatsächlich heute mit Radioteleskopen. Das ist erstmal eigentlich verwunderlich, weil man nicht denken würde, mit Radioteleskopen sucht man nach Außerirdischen. Aber ich würde gerne den Leuten mitgeben, dass wenn wir nach Außerirdischen suchen, wir davon ausgehen, dass sie ähnliche Technologien benutzen wie wir, also auch Kommunikationsmittel benutzen. Und wenn sie das machen, im Radiobereich, Funk, Radar, messen wir das mit diesem Teleskop. Und es ist sehr einfach, in der Radioastronomie zwischen Signalen zu unterscheiden, die tatsächlich von Menschen gemacht werden oder von intelligenten Lebensformen oder aber von kosmischen Quellen. Und was auch noch wichtig ist, ist vielleicht, Moleküle sind ja die Bausteine des Lebens. Und Moleküle, sehr viele wichtige Moleküle, wie molekularer Wasserstoff oder Kohlenstoffmonoxid, strahlen eben genau im Radiobereich und können mit so einem Teleskop wie Effelsberg detektiert werden. Mit ihrem Vortrag um 14 Uhr übernimmt die Bonner Wissenschaftlerin einen wichtigen Beitrag beim Schwerpunktthema Raumfahrt gestern, heute, morgen und trifft unter anderem auf Kosmonaut Dr. Sigmund Jähn, den ersten Deutschen im Weltall. Andere Wissenschaftler und Autoren haben sich ebenfalls diesen Bereich verschrieben. Und so gibt es zahlreiche Vorträge auf der Nacht der Technik, die am 9. November von 13 bis 1 Uhr nachts stattfindet. Über 100 Veranstaltungspunkte warten auf die jungen und jungen gebliebenen Besucher dieser bundesweit einmaligen Veranstaltung. Das Programm ist im Internet unter nachtdertechnik.de nachzulesen. Weitere Informationen und umfangreiche Berichte zum Programm und Beteiligte bietet das Magazin Handwerksspezial, das am 6. November als Beilage in der Rheinzeitung erscheint. Also, nicht verpassen und hinkommen, erleben, staunen und informieren. Auf der Nacht der Technik der Handwerkskammer Koblenz am 9. November im Koblenzer Industriegebiet. Man sieht sich!